Die Bankenkrise ist vorbei, die Wirtschaft wird nicht in eine Rezession fallen und die FED wird dennoch die Zinsen senken. Das, meine Damen und Herren, ist das hyperwahrscheinliche Szenario, das derzeit an den Aktienmärkten gespielt hat. Passt ja auch wunderbar zusammen, Bankenkrise vorbei, Wirtschaft nicht in eine Rezession, obwohl wahrscheinlich die Banken bei der Kreditvergabe so ein bisschen, naja, strenger werden. Und dann die FED die Zinsen senken wird, weil es halt nette Menschen sind. Und das ist völlig klar, dementsprechend eine völlig rationale Herangehensweise, ein absolut nachvollziehbares Narrativ. Und die Aktienmärkte sind bullisch, wenn neue Allzeithoch sind, nur eine Frage von Tag in, wenn nicht Stunden bis Sekunden, meine Damen und Herren. Und wie bullisch, das sehen wir uns jetzt hier mal an beim Leitindex S&P 500. Da kommen wir jetzt an den seit Anfang 2022 bestehenden Abwärtstrendkanal heran. Das wird jetzt also eine interessante Zone werden. Ja, wir sind seit Oktober in diesem Aufwärtsbewegungskanal, könnte man sagen, aber übergeordnet eben noch in diesem Abwärtstrendkanal. Aber, meine Damen und Herren, man spricht dagegen, dass wir neue Allzeithochse sehen. Ich sehe kein einziges Argument, was von diesen Dauerpessimisten, Dauerbären hier wirklich greifbar wäre. Unternehmensbewertungen extrem günstig. So günstig konnte man noch nie zum Beispiel Aktien wie Nvidia kaufen. Mit KGVs teilweise unter 80. Also das ist wirklich Spitzenpreise. Wer hat noch nicht, wer will schon. Und da muss man natürlich zuschlagen, zumal jetzt der Leitindex S&P 500, nachdem Yellen sich concerned gezeigt hat über die Turbulenzen im Bankenbereich, der S&P 500 jetzt an der oberen Begrenzung des Bollinger-Bandes angekommen ist. Wie die Geschichte zeigt, war das immer ein perfekter Kaufzeitpunkt. Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie die überragende Wahrscheinlichkeit, warum trotz nicht eintretender Rezession Bankenkrise komplett erledigt, da werden wir nichts mehr davon hören, warum die FED dennoch die Zinsen senkt, weil das einfach extrem sympathische, hilfsbereite Menschen sind. Das sehen die Bären irgendwie nicht, das verstehen sie nicht. Da ist irgendwie eine kognitive Dissonanz erkennbar, denn hier, was Sie da in der Tabelle sehen, das ist die in den FED Fund Futures eingepreiste Wahrscheinlichkeit, wie es mit den Zinsen weitergeht. Und da gehen die Märkte mit der größten Wahrscheinlichkeit davon aus, dass wir bereits im Juli, respektive dann im September, bereits September bis November, die erste Zinssenkung sehen werden durch die US-Notenbank. Okay, und natürlich ist da die Frage, wie geht es mit der Inflation weiter? Und heute haben wir ja die PCE-Verbraucherpreisdaten bekommen niedriger. Inflation ist also überhaupt kein Thema mehr, meine Damen und Herren. Das ist ein Thema von gestern. Wir kommen jetzt in die Zeit, wo die Wirtschaft wieder richtig gut läuft, wo dennoch keine Inflation ist, wo die FED dann dementsprechend die Zinsen auf Null wieder senken kann, wahrscheinlich sogar Anleihen kauft, wie der Quantitative Ising betreibt. Also das passt alles zusammen. Das ist in jeder Hinsicht bullish. Hier sehen wir mal, wie stark die Inflation zurückgegangen ist. Kerninflation und die Headline-Inflation deutlich unter der Wartung mit 0,3 statt 0,4. Im Kern oder in der Kerninflation 4,6 statt 4,7 zum Vorjahresmonat und in der Headline 0,3 statt 0,3 erwartet und 5,0 zum Vorjahr statt 5,1 erwartet. Also kollabierende Inflation. Also so schnell hat man noch nie Inflation fallen sehen, meine Damen und Herren. Das ist klar, das stört ein bisschen, dass die privaten Löhne jetzt wieder deutlich gestiegen sind. Von 6,7 Prozent zum Vorjahr auf 7,7 Prozent. Da gab es lange Zeit einen Abwärtstrend. Aber jetzt scheint sich das durchzusetzen, dass die Amerikaner doch höhere Löhne fordern können. In Europa geht man gleich zweistellig ran, respektive in Deutschland. Aber das ist natürlich gut, weil wenn die Amerikaner mehr verdienen, dann können sie mehr kaufen, dann kommt keine Rezession, dann kann die FED, weiß ich jetzt nicht mehr, den Zusammenhang habe ich noch nicht verstanden. Wie auch immer, hier sehen wir also, dass die Löhne doch relativ stark anziehen und dass die zyklischen Komponenten in der Kerninflation deutlich weiter gestiegen sind, während die antizyklischen oder nicht zyklischen Komponenten in dieser Kerninflation weiter zurückgegangen ist. Und dann sehen wir so Aussagen von FED-Mitgliedern, die Sie bitte nicht ernst nehmen dürfen. Collins, die sagt, History shows, dass wir weiter den Kurs halten müssen in Sachen Inflation, und sprich, wir werden weiter die Zinsen anheben. Glauben Sie kein Wort, meine Damen und Herren, das ist Trash-Talk. Paul hatte gestern vor Republikanern sich ähnlich geäußert. Also das sind reine Täuschungsmanöver, das ist schlichtweg etwas, was man überhaupt nicht ernst nehmen kann. Und nehmen Sie auf gar keinen Fall Jim Bianco ernst, meine Damen und Herren, der sagt, wenn jetzt die Bankenkrise wirklich vorbei ist und alles so bullisch ist, warum fallen dann von 500 Aktien 492 im S&P 500, aber 8 steigen, und die sorgen dafür, dass der S&P 500 seit Januar 6% dazugewonnen hat. Das sind lächerliche Argumente. Die anderen kommen halt dann noch, das muss man schlichtweg sagen. Hier sehen Sie den extrem bullischen Chart der Regionalbanken in diesem Monat. Das ist ein Monatschart, superbullisch. Da ist eine kurze Kursschwäche unter etwas erhöhtem Volumen. Aus meiner Sicht aber der bullischste Chart, den ich jemals gesehen habe. Und superbullisch auch Charles Schwab. Die haben 34 Millionen Content. und Assets von 7 Billionen mit dem größten Negativwachstum, was den Kurs betrifft, könnte man sagen, seit 1987. Auch das extrem bullisch. Also da muss man natürlich auch mal Klartext sprechen. Jetzt gibt es dann solche Miesmacher, die sagen, naja, passt auf, da kommt eine zweite Welle dieses elektronischen Bankruns. Das sagt hier ein Stratege von Barclays. Und zwar lautet die Argumentation so, naja, die Schlauen, die Informierten, die waren natürlich relativ früh. Ich hatte in einem Video gezeigt, dass ab November, als die Geldmarktfonds in den USA 4% Zinsen ausschütteten, dass sich da die Geschichte beschleunigt. Das sind also die informierten Leute, die dann ihr Geld abziehen. Aber inzwischen kriegst du das mit, auch in den Medien kriegen das auch diejenigen mit, die jetzt nicht so super informiert sind, aber dann doch über Social Media sehen, Mensch, ich habe mein Geld abgezogen, hier ein Geldmarktfonds kriege ich jetzt 4,5, 5% und du hast auf deinem Konto noch 0 oder 0,1% Verzinsung. So geht das nicht. Und wir sehen, wie bullisch die Geschichte ist, dass jetzt alles in Geldmarktfonds geht. Das zeigt ganz klar, dass hier die Bankenkrise vorbei ist. Und das wird auch nicht entwertet, dieses großartige Moment. Dadurch, dass die Banken natürlich billige Einlagen verlieren. Es ist ja so, wenn sie ihr Geld zur Bank tragen, dann geben sie faktisch eigentlich der Bank einen, naja, ich sage mal so derzeit weitgehend unverzinsten Kredit. Und die Banken konnten natürlich mit diesem Geld sehr, sehr gut arbeiten oder können mit diesem Geld sehr, sehr gut arbeiten. Aber jetzt fängt auch das Rattenrennen hier langsam an. Die Sparer wollen mehr Zinsen und gehen jetzt doch verstärkt in Termineinlagen. Die sind deutlich weniger verzinst als in den USA und auch deutlich schwieriger. Es gibt kaum wirklich solche einfach zu befüllenden Geldmarktfonds wie in den USA. Dementsprechend wird das natürlich auch so langsam in ganz anderem Maße als in den USA ein Problem. Und hier ein sehr, sehr guter Kommentar auf Finanzmarktwelt über die Banken hier in der Eurozone. Warum die weiter, naja, durchaus richtige Themen haben. Die haben nämlich Anleihen natürlich im Depot in Zeiten von Nullzinsen und hohen Anleihekursen und Nullrenditen haben sie diese Anleihen gekauft. Da sitzen sie jetzt wie die US-Banken auch auf unrealisierten Verlusten. Dann haben die Banken, als die Zinsen bei Null waren, auch sehr günstige Kredite, niedrig verzinste Kredite vergeben an Konsumenten oder auch an Firmen. Jetzt ist es so, dass natürlich die Zinsen viel höher sind. Sie müssen dann meistens eben sich immer wieder refinanzieren, teurer refinanzieren. Das heißt, die haben da eine ungünstige Situation. Jetzt hat man letztes Jahr noch von zinsgünstigen Geldern der EZB profitiert, konnte die höher Verzinst anlegen. Auch das ist langsam vorbei. Jetzt gibt es kaum mehr Hypothekenkredite, kaum noch jemand Nachfrage nach Häusern, weil eben die Zinsen so teuer sind, weil die Kredite so teuer sind und die Banken sind selbst stark in Immobilien investiert. Dieser Wert der Immobilien beginnt nicht überall, aber doch im Übergeordnete zu sinken. Gerade auch was Gewerbeimmobilien betrifft in Zeiten des Homeoffice. Das zeigt, dieser Kommentar zeigt sehr, sehr gut diese Problemlage der Banken. Und das gilt auch für britische Banken. Hier sehen wir derzeit den stärksten Preisverfall der Hauspreise seit der Finanzkrise. Da geht es also ziemlich zur Sache. In Schweden geht es zur Sache. Teilweise Länder ja, wo Kredite nicht wirklich getilgt wurden, sondern nur die Zinsen bezahlt wurden. Da werden viele flexible Kredite vergeben. Das heißt, die ändern sich dann eben auch mit dem Leitzins. Und das trifft dann relativ viele. Und hier nochmal zurück zu den Banken hier in der Eurozone. Hier kommt auch noch etwas hinzu. Nämlich am 27. Juni müssen diese sogenannten Teltros zurückgezahlt werden von den europäischen Banken. Im Volumen von 550 Milliarden Euronen. Und diese Euroen muss man anderswo wieder aufnehmen. Man muss das also wieder auffüllen. Und das dürfte dann deutlich kostenintensiver sein, als das eben in den Jahren davor gewesen ist. Da sind die Zinsen auch am Interbankenmarkt eben deutlich gestiegen. Und die Frage ist jetzt, wie geht die EZB weiter vor? Wir haben zwar in der Headline heute eine niedrigere Inflation gehabt. Aber die Kerninflation ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen. In der Eurozone von 5,6 auf 5,7 Prozent. Hier sehen wir die Kerninflation, die hier in Gelb deutlich gefallen ist. Aber nicht die Kern, die Headline-Inflation, aber die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, geht weiter nach oben. Auch das ist debulisch, meine Damen und Herren. Hier sehen wir nochmal den Vergleich. Die Kernrate steigt also weiter. Und jetzt ist es ja so, dass eben diese ganzen Lohnverhandlungen ja derzeit überhaupt noch passieren. Das heißt, die absehbaren Gehaltssteigerungen, die ja latent inflationär sind, die kommen ja noch. Die sogenannten Zweitrundeneffekte. Und vielleicht auch deswegen sagt Viroir, der französische Notenbank-Schörfer, wir müssen wahrscheinlich die Ziele anerbauen, weil es ist nach wie vor beaucoup d'Inflation dans le System. Noch zu viel Inflation in das System. Und erstaunlich ist, dass der Euro zwar zunächst positiv heute war bei 1,29 und ein paar zerquetschten, aber hier ein Doppeltop auszubilden droht. Also das ist auch für die Aktienmärkte interessant. Die These oder der Zusammenhang ist ja oft starker Dollar, schwache Aktienmärkte, schwacher Dollar, starke Aktienmärkte. Und dennoch hier Hannes Zipfel zeigt, dass obwohl jetzt ein Willroir und andere sagen, wir müssen die Zinsen wahrscheinlich weiter anheben, der reale Zins nach wie vor mit 3,4% extrem negativ ist. Die Verschuldung der Südländer, so sagt mein Kollege der Hannes, lässt eben nicht viel zu. Und jetzt gucken Sie sich mal das an. Die EZB hat auf Twitter eine Umfrage gemacht. Ja, also was klappt es jetzt hier? Was treibt die Inflation? Und die Profite oder die Löhne? Da könnte man vielleicht antworten, ihr seid es, die die Inflation treibt. Hier sehen wir rechts mal ein Vorstellungsgespräch bei der EZB illustriert. Da fragt der Mitarbeiter der EZB, der hier die Kandidaten einstellen soll. Ist es so, dass Gelddrucken Inflation schafft? Und dann fragt der Kandidat, wo ist die Inflation? Du bist eingestellt. Das könnte die ganze Geschichte auf den Punkt bringen. Also, dass die EZB damit etwas zu tun hat durch die immense Ausweitung der Geldmenge. Das wird hier nicht gesagt. Und die spüren wir, diese Ausweitung der Geldmenge. Hat andere Faktoren auch. Aber dass die Lebensmittelpreise in deutschen Supermärkten mal eben 22,3% im März gestiegen sind zum Vorjahresmonat. Das spricht Bände. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie ins Wohlverdiente und in jedem Fall bullische Wochenende entlasse hier noch zwei Artikelempfehlungen. Hier wieder so ein Schwarzmoller, der Nouriel Rubini. Gefahr für Crash. Man führt einen Zwei-Fronten-Krieg zwischen Inflation und Finanzstabilität, sagt er. Und es ist unmöglich, eigentlich gleichzeitig Preisstabilität, also keine Inflation und Wachstum und Finanzstabilität zu erreichen. Interessante Thesen, die natürlich alle komplett falsch und alle an den Haaren herbeigezogen sind. Aber Sie können sich das einfach mal anschauen, damit Sie diese Dauerpessimisten einfach mal besser auch analysieren und widerlegen können. Erster Punkt und zweiter Punkt, warum Gewerbeimmobilien für US-Regionalbanken ein großes Risiko darstellen. Hier nochmal eine genaue Aufschlüsselung, was da eigentlich los ist. Also zwei Artikel-Empfehlungen. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag. Servus, ciao.